Das ist doch so schief, nur bitte. Kommt mal da. Gibt das nicht um? Ja. Also, wir starten in einer Minute. Also, wir starten in einer Minute. Und wir starten in einer Minute. Also, wir starten in einer Minute. Und wir starten in einer Minute. Also, was wir machen ist wie folgt. Ich zeige euch heute die Choreografie. Und ich suche nach zwei Tänzern, die das mit mir mittanzen können, weil ich das richtig filmen möchte, professionell filmen lassen möchte. Das heißt, ihr habt bis 20.30 Uhr Zeit, in eurer Insta-Story die Choreografie zu posten. Markiert mich und on Stage, weil sonst sehen wir das nicht. Und dann suche ich die zwei Top-Tänzer aus, die das gekillt haben. Und ja, dann werden wir gemeinsam Updance in einem freshes Video machen. So, ansonsten höre ich auch zu quatschen, ne? Und wenn ihr Fragen habt, schlappt es rein. Manche Fragen sehe ich. Alright? Yes! Ich brauche ein paar Herzen. Kennt ihr noch, wo man früher... Eine kurze Story nebenbei... Früher in der Grundschule fand ich mich immer so cool, weil ich solche Herzchen gemacht habe. Und ich hatte eine in der Klasse, die jetzt solche Herzchen gemacht hat. Und da hatten wir immer so Bilder mit solchen Herzchen. Kennt ihr das noch, wo man das früher als Kind gemacht hat? Na ja, egal. Liebe. So. Let's start. Ja, den Song kennt ihr oder kennt ihr auch nicht. Ich habe es gepostet. Also. Boah, hier sind so viele Kameras. Tschüss. Gut. Wir fangen an. Ihr steht erstmal ganz im Neutral. Und wenn es losgeht, guckt ihr nach vorne und macht euch ready. Dieser Moment ist wichtig. Das soll nicht 5, 6, 7, 8. Ihr seid richtig in eurem Mode. Und dann startet ihr zu tanzen. Okay. So. Dann gehen wir runter. Ba, ba. Okay. Da, da. Ach genau. Ich gebe euch mehr Details. Und zwar möchte ich, dass die Knie kurz zusammengehen. Ba, ba. Ja. Hier sind meine Handflächen offen. Nochmal. Da, da. Und die Hand, die rechte Hand geht am Körper. Die linke führt nach. Ba, ba. They. Ja. Do nothing. Bei They sind wir ziemlich zart. Der hat noch keinen krassen Akzent. Achtung. Nochmal. Die Le. Bill. Und jetzt kommt erst die Snare. Jetzt habe ich sowas. Und kach. Ab hier bleibe ich in dieser Kung-Fu-Position. Alright. Nochmal. 5, 6, 7, and. La, la, la. Woo. Kach. Von hier aus gehe ich. Hey. Achtung. Meine Hand ist hier. Hey. 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 Ja. Die Steps müssen nicht zu groß sein. Das ist eher der hier. Der Kleine. Okay. Nochmal. Ich bin hier. Le, le, le. Kach. Von hier aus gehe ich. Hey. 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 Meine Finger sind key. Okay. So, dann von hier aus zweimal zu einem Body-Rope. Woo. Woo. Und ich führe mit meiner Chest. Juppa-di-juppa. Okay. Meine Hande. Meine Hande. Meine Hande gehen hier runter. Bitte macht es nicht so. Ich möchte, dass man euer Gesicht sehen kann. Das heißt, wir gehen. Woo. Woo. Nochmal. Woo. Woo. Okay. Von vorne. Five, six, seven. Position. La, la. Hey. Kach. Ich bin tief. Biu. Cha, cha. Biu. Ba, ba. Ja. Ich gehe weiter. Danach gehen wir Cross auf Slide. Nochmal. Cross auf Slide. Was meine Hände machen ist Cross, Cross, Slide. Wave. Mach die Wave. Ich schiebe, aber das erkläre ich am Ende. Ba. Bu. Hey. Nochmal. Five, six, seven. We go. Din, liu, liu. Yes. Von vorne. Five, six, seven. Wow. How are we doing that, Biu. Cut and the wheel. Cha, cha, wheel. Billi, liu. Da, da, hey. Yes. Hey. Einmal bis hier nur, dass wir die Vibes catchen. Okay? Ich habe gerade Billy gehört. Billy Eilish. Und das war mir ein bisschen zu Depri. Let's switch. Ist doch gerade weit. Nein. Genau. I fucked, girl. Sitzt das Ganze? Ich gehe weiter. Let's go! Also, wir sind hier nach dem Slide. What they gon' say. Das ist so ein Hey. Ja, ihr geht mit der Hüfte zur Seite. Ja, dabei mache ich nach der Wave. Stell euch vor, zwei Personen führen eine Konversation. So wie die Leute auch im Baden nehmen, schnacken. Das machen die hier auch. Aber es ist eine Person größer und die andere ist kleiner. Das möchte ich unbedingt so haben. Nicht dieselbe. So, und dann macht ihr What they gon' say. Bei What they gon' say, gucken wir zur Seite. Ja, ihr macht so, lass die mal reden. Okay? So, das heißt, von hier aus gehen wir Slide. Hey. Okay? What they gon' say. So, dann gehe ich, Achtung, die eine Hand ist hier. Die andere Hand geht nach vorne. Meine Füße gehen auf, end, auf, end. Nochmal. Five, six, seven, end. Auf, end, auf, end. Ich switche. Hey. Okay? Money ain't a thing. Okay? Das heißt, nochmal. Auf, end, auf, end. Und jetzt macht ihr so, die Hand. Hey, no, no, no. Okay? Nein? Und damit möchte ich leicht, dass ihr lächelt. So, okay? Das heißt, nochmal, wir gehen auf, end, auf, end. Hey. Und das Step bleibt gleich. Nochmal von vorne. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Die, 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 die. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ba, die, roh. Cha, cha, wave. What they gon' say. Da, ba, da, die, do. Ba, da, 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 da. Ja, ok, bis hier einmal zu der Musik, ok, s'il vous plaît, zur Musik. Gut, ab jetzt würde ich weitergehen, wir ziehen durch, Leute, ok, das heißt, ist hier eine Frage, mega gut, danke schön, so, wir sind hier, hepa, and a thing, und jetzt kommt ein Step-Step, und den möchte ich richtig mit einem Akzent haben, und unsere Hände gehen und die Haare müssen danach so liegen, ja, also wir sind ein, money ain't a thing, ok, nochmal, money ain't a thing, what are we up to, genau, what are we, up to, Hände gehen am Körper, hochschmeißen, und hier bleiben wir stehen, keine Wubblearme, das heißt, ist ein, tap, tap, macht richtig zwei Steps, tap, tap, danach, ja, what are we up to six in the morning, ok, das könnt ihr frei interpretieren, wie ihr wollt, wichtig ist nur, enjoyt den Part, ok, mir egal, was ihr denkt, also meine Hüfte geht bei dem hier so, bedeutet, wir gehen in ein Schach, danach gehe ich, hey, hey, ja, it's the vibe guys, ok, also six in the morning, then, bing, 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 ah, einmal noch mal chance, let's go, let's go. Ja, super, so, wir gehen weiter, wenn das ok ist, wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Also, wir sind hier, oh, in dem Chat ist wieder was schief gelaufen, wir enden nochmal, 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 nee, oh, weiter, das geht ja nicht so richtig, nochmal, also, wir sind hier, bach, bach, six in the morning, so, jetzt geben wir hier so ein Tablett auf einer Tischhöhe, aber meine Hände sind oben, hoch, nochmal, scha, scha, jetzt, lass uns mal präzise sein, ich gehe Tisch, wo, und hier bin ich bei meinem Ellbogen, ja, also, wir gehen, Tablett hoch, drehen, okay, bium, den Song können wir dabei machen, scha, scha, bium, bium, und danach kommt nur die Hüfte, isoliert, bium, klium, ich mache nicht bium, hey, ich mache bium, pium, ja, und meine Hüfte zieht vorne links, okay, bedeutet, pium, pium, ja, und der ist, der ist scha, das heißt, bium, pium, pium, okay, so, wir sind hier gewesen, money and a thing, where we up to six in the morning, hey, bium, bium, schum, hey, so, bei meinem ersten, bei meiner ersten Kuh, habe ich so gemacht, aber wir setzen, wir setzen eine andere Bewegung, und zwar gehen wir von hier aus, ta, ta, ja, ich gehe mit meiner Hand, mit meiner linken Hand an meine rechte Schulter, bium, bium, boom, ja, als ob sich so ein, als ob sich hier Energie bilden würde, ja, das heißt, whoop, ba, ta, ta, um, und da gucke ich meinen Händen hinterher, also, sie ist frei, aber nicht frei, okay, ist hier eine Frage, bam, achso, also, wir sind hier, schub, billi, jub, ta, ta, und jetzt kommt ihr der Hand hinterher und ihr seid weich, lassen, okay, das heißt, ihr freestand, whoop, five, six, seven, eight, guckt nach vorne, boom, ja, aber motion bleibt gleich, das heißt, up to six in the morning, so, als ob ich rappen würde, six in the morning, cha, cha, boom, ta, boy, I got, boom, and the cook, ja, was ich mache, ist motion, ich gucke zur Seite, ich gucke nach vorne, ja, hier ist frei, Kopf nicht, whoop, ja, zur Musik. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sag euch einmal kurz, was los ist. Jetzt kommen alle wieder zurück. Und zwar ist wieder dieses Urheberrecht ein Problem. Und deswegen werde ich rausgekippt aus dem Livestream. Bedeutet, ich werde jetzt länger die Schritte durchziehen und dann weniger zum Musik tanzen. Dann haben wir mehr Chancen, online zu bleiben, als dass wir dauernd abgebrochen werden. So, okay, nochmal, wir sind hier, hip, hip, turn, bach, bach, weg, front. So, danach gehe ich, bach, 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 bach. Ja, meine Steps sind right, left, der hier ist groß. Bach, bach. Meine Hände sind schlug. Wir gehen in ein bach, bach, schuh, schuh. Und den letzten Jump ich schon gefühlt ein bisschen. Das heißt, ich gehe in ein scha, scha, ba, ba, turn. Ja, nochmal, 5, 6, 7, and. Biu, biu, ta, ta. Und hier kommt unser Jump auf die Base. Boom, slide. Okay, nochmal. Boom, slide. Weiter, yeah, yeah. Die zwei yeah sind frei. Ihr könnt machen yeah, yeah. Egal was, macht sie frei. Ich mache yeah, yeah. Beim zweiten yeah müsst ihr das yeah langziehen. Das heißt, stop, boom. Okay, it's a feeling. Das heißt, wir gehen in ein yeah, yeah. Egal wohin. Nochmal. Also, wir gehen in ein. Hep, body, hep, fuck. Boom, boom. Jump. Slide. Woo. Yeah, yeah. Ganz wichtig beim Slide, der darf nicht enden. Das heißt, es muss ein Slide. Yeah, yeah. Es darf nicht sein Slide. Yeah, yeah. Okay? Das heißt, zieh Slide. Yeah, yeah. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klar, Andi. Es ist doch total verständlich. Ich wünsche, ihr könnt mit mir reden. Geht nicht. Aber einen kleinen Blick. So, wir gehen in einen. Schupper, die Wuppa. Hepa, die Hey. Around. Jump. Slide. Hey, hey. Geht das klar? Die Frage ist, soll ich weitergehen? Oder sollen wir es einmal zur Musik versuchen? Ihr sagt, ihr sagt, was es sein soll. Let's go. Nochmal zur Musik. Kann sein, dass wir rausgeschmissen werden. Oder soll ich weitergehen? Weiter oder do the music, Leute? Up one night, baby, when we go on slide. Yeah, yeah. Einmal alles ohne Musik. Das ist eine Option, die nehme ich ab. Und Musik. Das heißt, ihr mögt es, wenn ich singe. Das weiß ich sehr zu schätzen. So. Also. Wir sind in der First Position. Hey. Dann gehen wir. Down and whoop. Cut. Hey. Hey, hey, hey. By the row. Whoop. Whoop. Hand cross. Welle. Schnatter die. Whoop. Vorne. Nein. Up end. So. Hier bei den nächsten zwei Steps gehe ich nach vorne. Bah. Bah. Turn. Hipstone by. Shoop, shoop. Huh. Pew. Pew. Ta, ta, ta. Turn. Huh. Slug. Ey, ey. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen uns einmal zur Musik. Let's try. Hm. 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 Ja, wenn ich austanze, will ich aus dem Bett. Gut, wir gehen weiter. Wir sind hier. Hey, hey. Jetzt ist es theoretisch ein Kickball cross. Ja. Also, wir kicken. And cross. Beim Kick zeige ich einmal so, wisst ihr beim Fußball, wie man so Tricks macht und so seitlich kickt? Das ist bei mir schon ein Trick. Den mache ich hier. Das ist also bah, bah, bah. Also, es ist ein chup, bah, ha. Ich gebe der Fersen frontend, ha. Mein Fuß macht dabei. Bah, 11, cross. Nochmal. 5, 6, 7, and ta, 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 ta. Und unsere Arme gehen auf und auf. Wir gehen ein. Auf und cross. Nochmal. Auf und cross. Step, step. And. Machen wir das. Achtung. Bis dahin. Yeah. Yeah. Bah, bah, bah. Baby, where we go? Slide. Ja. Das heißt, wir haben ein Kick and the cross. Boat change ist eine Präparation. Ich drehe und von hier aus ziehe ich noch mit meinem Fuß nach. Woo. Und meine Hand zieht so einen Handschuh an. Hey. Wieder abgebrochen. Geil. Nochmal. Also, ich gehe. Bah, bah, bah. Boat change. Turn. Und nochmal rausziehen. Biu. Ja. Biu. 5, 6, 7, we go. Ta, ta, ta. Boat change. Präparation. Turn. Und hier ziehe ich nochmal raus. Woo. Und komme seitlich an. Und falle. Da kommt so ein Jack-O-Part. Okay. Dann falle ich noch tiefer. Nochmal. 5. Was ist jetzt hier los? Das ist das selbe Problem. Also. 5, 6, 7, we go. Slide. Hey. Hey. Up all night, baby. Where we go. Slide. 1, rausziehen. Hier nach vorne fallen. Aber wir fallen nicht richtig. Was wir machen ist ein Ta-Ta. Ja, ich mache ein Bach-Bach. Das hört man im Beat. Das heißt, wir gehen hier auch. Ta-Ta. Wow. Nochmal. Wir gehen in ein Ta-Ta. Wow. Dann kommt ein Ja-Ja. Nochmal. Wir fallen. Bach, Bach. Wow. Feuert euch. Jetzt. Geht das klar? Kann sein, dass ihr jetzt gerade wieder sagt, es geht mir zu schnell. Aber ich würde sagen, es geht trotzdem klar. So. Slide. Yeah, yeah. Up all night, baby. Where we go. Slide. Ta-Ta. Oh. Yeah, yeah. Freut euch, dass ich nicht singe. Noch einmal. Also, wir sind hier. Slide. Ta-Ta. Bach, Bach, Bach. Ball change. Turn. Ziehen. Fallen. Bach, Bach. Wow. Yeah, yeah. Ja. Wir haben es auch eigentlich fast geschafft, Leute. Da kommt noch der letzte Part. Und dann werde ich so und so wieder rausgekickt. Ja, sorry, dass ihr dauernd unten aufrad seid. Ich kann leider nichts dafür. Nochmal. Also. Wir sind hier. Yeah, yeah. Äh, yeah, yeah. Dann gehen wir. Bach, Bach, Bach. Ball change. Turn. Meine Hand geht hier durch. Handschuhe anziehen. Fallen nach vorne. Ta-Ta. Ta-Ta. Woo. Rechts, links. Ähm. Von vorn. Five, six, seven. We. Also hier steht nochmal. When we. Dann geht ihr nach vorne. Guckt ihr nach vorne. Da, da, wu. K. Raus. Raus, raus, raus. Body roll. Cha-Cha. Hey. Talken. Hüfte nach vorne. Back. Hand. Hip. No. Hip. Cha-Cha. Enjoy. Und dann geht. Vorne geht. Hände. Hüfte. Left. Right. Guckt eure Hand an. Guckt nach vorne. Rechts. Links. Uh, uh. Turn. Die Base kommt. Boom. Slide. Yeah. Yeah. Oh, oh nein. Baby, where are we going? Slide. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Geil. Richtig schön gesungen. Auf jeden Fall live. So. Letzter Park. Wir sind hier. Yeah. Yeah. Danach gehe ich. Step. Cross. Back. Ab jetzt ist es einfach. Kein Scherz. Wir gehen ein. Yeah. Yeah. Ich steppe. Ja. Nach vorne. Cross. Und slide zurück. Woo. Ich zeige euch das nochmal. Wir gehen ein. Tag. Tag. Boom. Tag. Slide. So. Ab dem Slide. Sehen Sie. Holger. Slide. 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 Ja. Ab hier sliden wir zur Seite auf. Ja. Der Move ist richtig old school. Gehe Seite auf. Seite auf. So. Meine Hände sind 11 bis am Körper. Side. Boop. Side. Boop. Der erste. Also der Slide ist immer motiviert. Und danach jampt ihr aber. Also es ist so. Slide. 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 Es wirkt als ob die Energy weniger sein würde. Aber ihr füllt das dann mit Feeling. Okay. Bedeutet. Wir gehen. Slide. 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 Okay. Danach kommt noch ein. Ta. 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 Und dann weiter einfach. Slide. Und dann sind wir durch. Danke. 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 Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Danke. Danke. So. Ich gehe jetzt einmal kurz alles trocken durch. Falls ihr sagt, ey eigentlich ich bin richtig verzweifelt. Ein paar läuft in meinem Leben gar nicht. Schreibt jetzt schon mal währenddessen die Frage rein. Dann kann ich das klären. Alrighty. So. Von vorne. Wir gehen rein. Wisst ihr was? Ich mache den zweiten Part. Weil ich glaube, dass der erste Part sitzt. Also. Wir gehen hier. Slide. Yeah. Yeah. Danach gehen. Ich komme. Sosa.